Sei es mal drum. Also, ähm, zwei waren es, also. Zack, zack, zack. Hä? Hä? So, also hier einmal rein und da einmal rein. Genau. Du, du. Genau. Okay. Ähm, dann ist da jetzt die Frage. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Also, irgendwo kommt der Spaß ja da oben her. So, dann müssen wir ja mit, wie gesagt, das ist halt einfach wirklich dieses, wo ich mich halt frage, ähm, wo kommt der Spaß her? Also, also aus der Perspektive kommt der aus der Decke. So, und das können wir eigentlich machen. Also, wir könnten jetzt hier sagen, also wir könnten jetzt hier, dann könnten wir hier sagen, hä, dann könnten wir hier sagen, ähm, da, da kommt keine Lama. Also, also kann ich dich wegmachen. Das war aber Zufall. So, gut. Gut. Dann kann ich dich wegmachen. Und dich wegmachen. Und dich wegmachen. So, und dann würde ich jetzt sagen, sechs. Und dann drehen wir uns mal. Uh. Nein. Fuck. Fudel die Fuh. Okay. 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 Also, was müssen wir tun? Wir müssen unser Zeug wiederholen. Und dafür müssen wir uns erstmal wieder eindecken. Okay. Eindecken. Eindecken bedeutet Rüstung. Schwert. Eindecken bedeutet Metallhose. Eindecken bedeutet, okay, keine Ahnung, wie das nochmal war. Metallstiefel. Eindecken bedeutet, äh, eindecken bedeutet doch, ja, eindecken bedeutet doch, ähm, einen Helm, eindecken bedeutet doch, äh, ein Schild. Eindecken bedeutet doch, äh, ein Schild. Okay. Und eigentlich brauche ich dann auch noch Handschuhe, oder? Aber ich weiß nicht, wie das Rezept für Handschuhe ist. Also, warte mal, das, ja, klar. Also, Stiefel, Hammer. Okay. Diamanten gibt's auch. Gold gibt's auch. Gold gibt's auch. Stahl gibt's auch. Bronze. Kaktus. Kaktus. Diamant. Gold. Stahl. Holz. Okay. Helme. Hosen. Hosen. Und ansonsten nichts. Alles klar. Dann frage mich so ein bisschen. Okay. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ne Spitzhacke. So, das heißt Inventar. Dich. Dich. Dich haben wir hier. Dann können wir dich nochmal wegpacken. Okay. Dann brauche ich dafür Stein. Glas nicht. Stein. Zack. Dann brauchen wir hier Inventar. Ja. So. Ich brauche was zum Essen. Habe ich noch was zum Essen? Gar nicht mal mehr so viel. Wie es aussieht. Okay. Dann würde ich mich mal auf die Reise begeben. Und mal schauen. Da war es ja. Genau. Da ging der Weg lang. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Lass mich in Ruhe. So. Schön, dass es eigentlich grad dunkel wird. Weil dann sieht man meine Leuchten ganz gut. So. Rüber. 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 Aber das war halt genau die Aktion mit Lava, die ich eigentlich vermeiden wollte. Dass mich die Lava einfach killt. So. Und dann können wir hier mal schauen. Rüber. Und es sieht mir sehr nach Gelände aus. Es ist doch jedes Mal das gleiche. Ich renne einfach total bekloppt wie der letzte Vollidiot da rein, ohne mir Gedanken dazu zu machen, wo ich da eigentlich hinkomme, ob ich da wieder rauskomme. Und ob mich das irgendwie weiterbringt. So, aber hier müsste jetzt mein Abgang sein, ne? Genau. Das heißt, ich muss hier wieder hoch. Dann geht es da rühr und dann ist da mein Abgang perfekt. Und da hinten war das Wasser und hier kann man jetzt einfach endlos runterlaufen. Dann komme ich auf diese eine Stelle. Dann kann ich da drum herum laufen und dann kann ich da den Ding hoch und dann kann ich mal gucken, ob ich mein Zeug eingesammelt kriege. So, genau. Das wäre nämlich hier. Cheerio! Also das will ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich jetzt dann eine Aufnahmepause mache. Einfach, weil ich nicht möchte, dass ich dann irgendwas vergesse. Ja, wunderbar. Okay. Ausgezeichnet. Und dann würde ich da mal sagen, ein Großteil meines Inventars habe ich wieder. Habe ich noch eine Kiste? Nein. Tschüss! So, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Dann kann ich vieles von meinem Zeug da ablegen. Vieles von meinem Zeug ablegen. Wobei ich eigentlich jetzt gerade fast versucht bin zu sagen, nee, dich behalte ich alles. Weil mein Grill, wo ist mein Grill? Zzzzzzzzp. So. Die Ofen will ich ja irgendwo haben. Gut. Ähm, zum Beispiel hier. Das wäre sieben. Kann ich dich da hinknallen? Kommst du da rein, habe ich Kohle. Kommst du da rein, du kommst auf jeden Fall da hin und du bist da. Gut. Dann müsste ich jetzt mein Zeug neu sortieren. Den Schatter brauche ich nicht mehr. Ähm, das Gold. Ja, das Gold ist okay. Okay. Würde ich das vielleicht mal so sagen. Einfach so, dass das, ähm, etwas weniger Material länger braucht. So. Also, nicht so lange braucht. Das ist der Witz an der Geschichte. Das ich halt dann den Spaß alleine machen lassen kann, wenn es den alleine macht. So. Wunderbar. Dann hätten wir das auch erledigt. Kann ich dich eigentlich wieder zurücknehmen. Kann man dich in die Kiste packen. Zack, zack, zack. Luppdi-duppdi-dupp. Und dann können wir dich einschmelzen. Und du kannst weg. Und ich frage mich gerade, ob das Holz, das ich hatte, ob das verbrannt ist. So. Ich hatte eine Spitzhacke. Ich hatte eine Eisenspitzhacke vor allem. Vielleicht ist die noch oben. Ah. Okay, warte mal. Ich knall dich mal da hin. Zack, zack. Und dann würde ich mal hier sein. Okay. Ah, nein. Okay. Es funktioniert. Wirklich. Auf eine sehr spezielle Art und Weise. Okay, da habe ich noch eine Stahlrüstung. Dann würde ich vielleicht mal meine Rüstung nochmal angucken. Und dann würde ich hier mal sagen, du bist hier, dann kommst du da oben hin. Von mir aus. Der Rest, den habe ich verloren wahrscheinlich. Okay. So, die Frage ist, will ich das jetzt weitermachen? Die Antwort ist ja. So, wir waren bei sechs. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir mache. Ich würde dich ganz gerne... Okay, mein Holz ist also nicht verbrannt. Was ein bisschen ungewöhnlich ist in Lava. Aber okay. Akzeptiere. Also, das war jetzt super dämlich. Das war jetzt super dämlich. So, ich muss mir wieder eine Steinspitzhacke machen. Das war jetzt super dämlich, dämlich. So eine Kacke. Das ist die Geschichte mit Lava. So. Also. Leggings. Leggings. Leggings.